Hallo und herzlich willkommen, meine lieben, schönen guten Abend, lieben Gruß aus Wien. Meine erste Frage an euch, könnt ihr mich gut sehen, könnt ihr mich gut hören? Okay, Viola nickt schon per Zoom, ich warte noch ganz kurz auf die Rückmeldung per Facebook. Und dann starten wir. Okay, so. Gleich beginnen wir. Okay, Margit, vielen Dank per Facebook. Gut. Nochmals herzlich willkommen zum Live-Event heute Abend. Es geht um das Thema Freiheit und Frieden ist immer da. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass sich der eine oder die andere gedacht hat, wie kann Andreas so etwas sagen, wenn man in die Welt hinausschaut, wenn man im Moment die Ereignisse wahrnimmt, wo ist hier bitte schön Frieden und Freiheit zu sehen. Alles andere, nur das nicht. Und das kann ich natürlich absolut nachvollziehen mit dem Zusatz, dass hier eine falsche oder eine künstliche Perspektive eingenommen wird. Nämlich die künstliche Perspektive namens ständiges Denken. Solange wir im ständigen Denken zu Hause sind, erfahren wir uns als getrenntes Wesen. Und wenn wir uns als getrenntes Wesen erfahren, dann sind wir hier und die Welt die Ereignisse dort draußen. Das heißt, wir kennen nicht das große Ganze, wir kennen nicht diese Einheit, dass in Wirklichkeit alles gut ist, wie es tatsächlich im Moment wahrgenommen wird. Und ich habe hier wieder eine Grafik gezeichnet mit dem Versuch, euch das Bestmögliche zu erklären. Ich beginne mit Punkt 2 und mit Punkt 1. Wenn wir als getrennte Person hinaus schauen in die Welt, wenn wir ständig im Denken zu Hause sind, dann sehen wir im Moment, dass sich die Welt die Ereignisse überschlagen. Kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Das heißt, das ständige Denken, das psychologische Denken, möchte sozusagen ein Ereignis haben. Und ein Ereignis sozusagen lehnt das Denken ab. Und weil sozusagen die Welt das macht, was sie machen möchte. Und ohne Rücksicht auf uns zu nehmen, dreht sie sich so, wie sie sich drehen möchte. Und das Denken möchte sozusagen ein Ereignis bejahtes Denken und ein Ereignis verneintes Denken. Und wenn wir wirklich tief in uns reinschauen, erkennen wir, dass nicht die Welt, nicht die Ereignisse das Problem sind, niemals. Sondern es ist unsere Bewertung. Es ist unsere Bewertung. Es ist unser innerliches, gedankliches Dagegenstemmen, was im Außen geschieht. Und wenn wir das wirklich tief in uns verstehen, dass niemals das Außen das Problem ist, sondern unser Denken, dann gehen wir über das Denken hinweg. Dann öffnen wir unseren Geist, unser Wahrnehmungsfeld und richten den Blick nach innen. Tief in uns nach innen, wo der Frieden immer vorhanden ist. Und nicht nur der Frieden vorhanden ist. Denn wenn wir noch tiefer reingehen, kommen wir in eine Ebene. Ich habe es hier als erfüllendes Nichts gekennzeichnet. In eine Ebene, wo unser wahres Sein, unser wahres Selbst zu Hause ist. Dort, wo Erwachen tatsächlich geschieht. Und mein Anliegen, meine Empfehlung an alle Menschen, die sich dafür wirklich interessieren, wirklich offen sind für die Wahrheit, für den Weg der Selbsterkenntnis, ist der, rausgehen aus dem ständigen Denken, dann sinkt man automatisch in seinen eigenen Frieden ein und noch tiefer in dieses Nichts, wo es sozusagen nur mit tiefer Erfüllung gibt. Und aus dieser Perspektive heraus, aus dieser Perspektive herauszuleben, bedeutet, dass die Welt, die Ereignisse nicht anders sein können, als sie tatsächlich sind. Kein Moment in der Geschichte hätte jemals anders sein können, als er stattgefunden hat. Aus dieser Perspektive heraus zu sehen, sehen wir, dass die Welt hier eine Erscheinungswelt ist. Dass es keine Materie gibt, dass es keinen Raum gibt und keine Zeit gibt. Das heißt, für uns als Praxis, wir müssen verstehen, dass ständiges Denken nur eine Gewohnheit ist, weil unser Verstand von klein auf trainiert worden ist, das Glück, den Frieden und die Freiheit im Außen zu finden, im Außen in der Welt zu finden. Aber wir alle sind hier, weil wir wissen, es ist Sackgasse. Wir werden das, was wir suchen, niemals konstant im Außen wahrnehmen. Niemals mit Hilfe unseres Verstandes erfinden. Daher, meine Lieben, geht mit mir in eine kurze Meditation. In eine kurze Meditation, dass wir uns wenigstens für ein paar Minuten von der Welt abkehren und tief in unser Inneres rein sinken, wo dann automatisch dieses ständige Denken aufhört und wir diesen Frieden und diese Freiheit wahrnehmen können. Und umso mehr wir in uns rein sinken, umso mehr können wir den Frieden auch in der Welt erfahren, auf ganz magische Art und Weise. Meine Lieben, macht es euch einmal gemütlich und nehmt ein, zwei tiefe Atemzüge. Ihr könnt gerne die Augen schließen oder offen halten und erlaubt euch wenigstens für diese Meditation, dass ihr alles jetzt hier sein lässt. Jeder Gedanke darf hier sein. Jedes Gefühl darf hier sein. Jedes Ereignis im Außen darf hier sein. Und ich verspreche euch, wenn ihr in diese Haltung reingeht, kommt ihr trotzdem in die Handlung, geht ihr trotzdem in die Veränderung mit einer ganz anderen Qualität. Lasst alles einfach sein, wie es ist. Legt eure Anspannung, euren Stress, euer Verändernwollen für ein paar Minuten zumindest jetzt mal nieder. Lasst alles los. Lasst alles hier sein. Lasst alles gut sein, wie es ist. Jede Bewegung in eurem Inneren, jede Bewegung im Äußeren darf jetzt hier sein. Legt den inneren Kampf nieder. Lasst den inneren Konflikt fließen. Geht raus aus dem Andershaben-Wollen. Öffnet euch für den Moment, öffnet euch für das Leben, so wie es jetzt erscheint. und erkennt den Zauber, den Zauber und die Magie in eurer eigenen Präsenz. Für den Frieden, für die Freiheit muss nichts verändert werden. Unser wahres Sein, unser wahres Selbst ist immer frei, ist immer voller Frieden. Nehmt einfach, entspannt, bewusst wahr, was jetzt erscheint. Fördert es nicht und verhindert es nicht. Bleibt vollkommen in eurer wertungsfreien Wahrnehmung. Vollkommen in diesem Nullpunktfeld. Einfach nur hier sein mit allem, was ist. Das ist die höchste Lehre, die es gibt. Wenn ihr immer mehr in der wertungsfreien Wahrnehmung verweilen könnt, werdet ihr merken, dass die Welt keine real existierende Welt ist. Dass die Welt Erscheinung ist. Dass die Welt eine optische Täuschung ist. Seid offen für diesen mutigen Weg, indem ihr bewusst wahrnimmt, was jetzt hier ist. Das ist alles. Diese Haltung wird euch ins Erwachen führen. Diese Haltung wird euch dorthin führen, wo ihr wahres Zuhause ist. Im unsterblichen Sein. Tatsächlich seid ihr von nichts berührt. Ihr könnt niemals verletzt werden. Von keiner Geschichte, von keinem Ereignis, von keiner Situation könnt ihr, das, was ihr wirklich seid, jemals verletzt werden. Ihr spürt das, ihr wisst das, sonst werdet ihr nicht hier. Verlasst das ständige Denken. Es ist nicht notwendig, es ist nur eine antrainierte Gewohnheit. richtet euch immer mehr auf eure eigene Präsenz aus. Bleibt im Hier und Jetzt. Dann werdet ihr die Illusion durchschauen. Dann werdet ihr wahren Frieden wahrnehmen, ganz egal, welches Ereignis im Außen erscheint. Und Springt gedanklich nicht mehr an. Springt gedanklich nicht mehr auf jedes Ereignis im Außen an. Verankert euch in eurer bewussten Wahrnehmung. Dann erkennt ihr, dass Sein mehr als ausreicht. Einfach nur zu Sein. Und dann erkennt das Sein mehr Einfach Tatsächlich seid ihr der Fels in der Brandung. Lasst die Wellen, lasst die Welt auf euch zukommen. Die Wellen machen euch nichts. Die Welt macht euch nichts. Verlasst die Illusion der Trennung. Trennung bedeutet ständiges Denken. Fließt zurück in die Einheit. Fließt zurück in euer wahres Selbst. Eure Achtsamkeit, eure Bewusstheit wird euch immer mehr von der Oberfläche in die Tiefe bringen. immer mehr ins wahre Leben zurück bringen. hier. Ihr alle seid hier, weil ihr intuitiv wisst, die Welt hat bis dato nicht das gegeben, was sie verspricht. Und die Welt unterliegt einem dualen Gesetz. Im Außen gibt es scheinbare Positivität und scheinbare Negativität. Das wird sich niemals ändern. Niemals ändern. Aber es gibt einen Ort, der in Wirklichkeit kein Ort ist. Es gibt einen Bewusstseins Zustand jenseits von positiv und jenseits von negativ. Und das suchen wir alle. Und wir werden es im Außen nicht finden, weil wir dieser Bewusstseins Zustand selbst sind. Wir können es nur sein. Wir können das Unbeschreibliche nur sein. Das ist alles. Es gibt nichts zu finden. Es gibt nichts zu finden. Verlasst die Suche. Hört auf zu suchen. Ihr werdet im Außen es nicht finden. Ihr seid es. Ihr seid es, indem ihr raus geht aus eurer Unbewusstheit. Rein in die Achtsamkeit. Rein in die Bewusstheit. Das ist alles. Bewusst hier und jetzt sein können mit dem, was erscheint. Dann ist die Suche zu Ende und der Frieden, die Unendlichkeit, die Liebe, die Annahme, die Hingabe, die Vergebung, die Akzeptanz sind in der nächsten Sekunde hier. So wie Christine schreibt, weil ich bewusstes Sein bin. Vollkommen richtig. Wir alle sind dieses bewusste Sein. Und der Verstand möchte etwas dazu addieren. Und durch dieses dazu addieren limitiert der Verstand das, was wir sind. Im Tiefschlaf sind wir unserer Vollkommenheit näher als jemals zuvor, weil hier kein Denken stattfindet. Tatsächlich sind wir natürlich immer vollkommen, immer ganz und vollkommen. Nur der Verstand suggeriert uns etwas anderes. Der Verstand suggeriert uns, das muss anders sein, das muss anders sein, das möchte ich haben, das verneine ich. Und das lässt uns einen inneren Konflikt und inneren Schmerz erfahren. Raus aus dem ständigen Denken und das Leid ist beendet. Und der Gedanke möchte sozusagen in dem Spiel weiter in seine Position einnehmen können, weiterhin seine primäre Position einnehmen können. Geht über diesen Gedanken hinaus, schaut den Gedanken an, nur beobachten, nur bewusst wahrnehmen, verändert bereits das ständige Denken und die tiefe Seinsdimension kommt sozusagen aus der Tiefe an die Oberfläche. Amaral, alles fühlt sich gleich an, gleich und wertig. Vollkommen richtig, Amaral. Das habe ich versucht vorher zu sagen, diesen Bewusstseinszustand jenseits von Gut, jenseits von Schlecht. Es ist unbeschreiblich. Es ist jenseits davon. Es ist alles gleich und wertig. Dorothea, Andreas, was kann ich damit anfangen, dass ich im Tiefschlaf meiner Vollkommenheit näher bin als sonst? Es geschieht doch unbewusst und bleibt unbewusst. Dorothea, damit habe ich einfach versucht zu sagen, dass im Tiefschlaf kein Denken stattfindet. Kein Denken. Und deswegen wachen wir in der Früh auf und sagen, wow, wir fühlen uns so erholt, wir fühlen uns so frisch, wir fühlen uns so vollkommen, weil kurze Auszeit vom ständigen Denken geschehen ist. Und umso mehr, meine Lieben, umso mehr wir einfach im Hier und Jetzt verweilen können, umso mehr durchschauen wir die derzeitige Geschichte. Umso mehr durchschauen wir, dass all das, was wir wahrnehmen, aus einer Energie, aus einer Substanz entsteht. Und wenn wir das sehen, wenn wir wirklich die Energie in den Dingen sehen, dann kommen wir zu einem hohen Prozentsatz aus dem Leid heraus. Daniela schreibt, einfach sein im Hier und Jetzt den Gedanken ziehen lassen und zuerst anschauen. Genau. Wenn wir die Gedanken ziehen lassen, wie die Wolken am Himmel, einfach weiterziehen lassen, wird es ruhiger in uns, wird es stiller in uns, wird es weiter in uns, wird es leichter in uns. Und wir gehen mit voller Zuversicht in den Tag hinein, mit voller Kraft in den Tag hinein. Das können wir nicht verändern. Das ist ein eigenes Gesetz. Das ist das duale Gesetz. Es wird hier immer einen Pluspol und immer einen Minuspol geben, einen Scheinwand. Sonst kann das Spiel hier nicht geschehen. Sonst kann hier dieses göttliche Spiel nicht geschehen. Wir können aber tief in uns reinschauen, dort, wo wir wirklich zu Hause sind. Und aus dieser Perspektive heraus sehen wir, dass das hier, so wie uns auch die Quantenphysik bereits sagt, nichts Materielles ist. Dass das einfach innerhalb unseres Wahrnehmungsfeldes eine optische Täuschung, eine Fata Morgana ist. Und mir ist ganz bewusst, dass das natürlich bei vielen nicht angenommen werden kann. Das ist mir ganz klar. Vergesst auch, dass das Erscheinung ist. Vergesst, dass es keine Materie gibt. Meine Empfehlung an euch ist einfach nur das. Geht raus aus dem Denken durch eure Bewusstheit, durch eure Achtsamkeit und nehmt den Frieden in euch wahr. Nehmt das Sein in euch wahr. So oft wie möglich. Und die Erkenntnis kommt dann automatisch. Claudia schreibt, seit zwei Tagen, wenn ich aufhöre zu tun am Abend, überkommt mich die absolute Stille. Die verbunden ist mit einer Art von Meditation draus. Fühle, dass etwas anwesend ist, nur die Person bin ich dann nicht mehr. Claudia, seit zwei Tagen bist du dann hier zu Hause. In deinem wahren Selbst, in deinem wahren Sein. Genau. Der Frieden ist immer hier. Der Frieden verlässt uns niemals, weil wir der Frieden selbst sind. Es wird die Welt nicht mehr geben. Es wird das Universum nicht mehr geben. Und unser wahres Selbst, unser wahres Sein, wird etwas Neues kreieren. Wird etwas Neues erschaffen. Es wird einen neuen Bewusstseinsinhalt von uns geben. Wir sind immer hier. Wir sind niemals geboren und sterben niemals. Wir sind die Ewigkeit selbst. Und in der Ewigkeit gibt es hier dieses göttliche Erscheinungsspiel. Die Perspektive der Person bedeutet, ich denke, ich bewerte, ich kommentiere, ich benenne, ich analysiere. Dann glaube ich, dass das alles hier real ist und leide. Raus aus dem ständigen Denken, rein ins Hier-Sein. Umso mehr erkenne ich, dass ich kein getrenntes Wesen bin, dass ich die Einheit selbst bin. Mein Lieben, wir alle sind dasselbe. Es gibt nur ein ewiges Wesen, das wir sind. Ein ewiges Wesen in unendlichen Ausdrucksformen. Sabi, mein ganzer Körper hat gekribbelt. Stille, warmes Herz. Sehr schön, Sabi. Sobald wir aufhören, ständig zu denken, fließt die Lebensenergie, fließt das pure Leben durch uns. Denn es gibt in Wirklichkeit nur ein Problem, unser Andershabenwollen. Es gibt nur ein Problem, wenn wir das jetzt anders haben wollen. Das ist das einzige Problem, was es gibt. Wenn wir erkennen, dass wir alles umarmen können, bedeutet das nicht, dass wir nicht in die Veränderung gehen. Bedeutet nicht, dass wir nicht in die Handlung gehen. Ganz im Gegenteil. Die Veränderung, die Handlung kommt dann aus unserem Wahnsein. Aber zuerst umarmen wir mal alles, was jetzt hier ist. Jedes Gefühl, jedes Körperphänomen, das Ereignis, die Ereignisse im Außen. Wir werden einmal kurz da sein gelassen. Und dann fahrt das Leben durch uns durch und wir gehen dorthin. Wir machen dies und wir machen das. Aber aus unserer Bewusstheit heraus. So funktioniert sozusagen im Herzen zu verweilen, in der Intuition zu verweilen und nicht mehr im Ego, nicht mehr im ständigen Denken zu verweilen. Einfach Ja zu sagen. Ja zu sagen, was jetzt bereits hier ist. Das ist alles. Ja. Jedes Gefühl ist willkommen. Jedes körperliche Phänomen ist willkommen. Und auch jeder Gedanke ist willkommen. Wenn wir die Türe öffnen für den jetzigen Moment, für den gegenwärtigen Moment, werden wir in der nächsten Sekunde Entspannung erfahren. Und in dieser Entspannung werden wir erfahren, dass sich das ständige Denken zurückzieht. Und plötzlich wird es friedlich in uns, weit in uns, warm in uns, leicht in uns. Und wenn auch das einfach da sein darf, sinken wir Schritt für Schritt immer tiefer, immer tiefer, bis wir eines Tages erfahren, dass nichts mehr hier ist. Dass das alles Erfüllende Nichts wir selbst sind. Claudia, was ist mit dem, wenn wir etwas nicht akzeptieren können, weil wir zu uns stehen? Ist es das Kampf, Ablehnung? Ja, es ist Ego, Claudia. Zu uns stehen bedeutet sozusagen, eine persönliche Sicht zu vertreten. Und solange eine persönliche Sicht vertreten wird, aus dem Ego heraus, ist hier sozusagen Trennung. Wenn du sozusagen auch hier diesen Kampf wahrnimmst, fühlst, wirst du sozusagen das in Akzeptanz baden und aus dieser Dimension sozusagen deine Position vertreten. Aber es ist dann keine persönliche Position mehr, sondern es ist eine, das ist jetzt wirklich schwer zu erklären, es ist eine unpersönliche Position, es ist deine Herzensposition. So ist es am schönsten. Es ist nicht mehr deine Ego-Position, die vertreten wird, es ist deine Herzensposition. Das ist der große Unterschied. Auch hier sage ich noch immer, was ich möchte und was ich nicht möchte. Aber aus einer Herzensqualität heraus, nicht mehr aus dem Verstand heraus, das ist der Unterschied. Also auch ich lasse mich nicht vom LKW überfahren, alles darf sein, die Existenz möchte das so. Nein. Aber es wird alles bewusst und voller Achtsamkeit angenommen, angeschaut und im richtigen Moment wird sozusagen der Schritt zur Seite gemacht. Und mir ist ganz bewusst, dass der Verstand das nicht zu einem hohen Maße nicht verstehen kann und nicht akzeptieren möchte. Daher meine Hoffnung, meine Lieben, öffnet euch für die Dimension jenseits eures Verstandes. Jenseits jenseits der gegenständlichen Welt durch Bewusstheit. Janice, sollen wir also die Impfung über uns ergehen lassen, obwohl wir spüren, dass sie gegen die eigene Wahrheit geht? Nein, Janice, das habe ich niemals gesagt. Ich würde auch niemals weltliche Tipps geben. Für die einen ist die Impfung sozusagen, sie haben ein Ja dazu, für die anderen haben zur Impfung ein Nein. Es geht darum, rauszugehen aus dem gedanklichen Konflikt, reinzugehen ins Herz, reinzugehen ins Hiersein und dann wird das Leben uns Pro-Impfung oder Kontra-Impfung bringen. Es macht das Leben. Es macht das Leben dort, wo wir sein sollen. Meine einzige Empfehlung ist, seid bewusst im Hier und Jetzt. Ihr werdet merken, hier liegt der Zauber, hier liegt die Magie, hier liegt der nächste Step, der für euch stimmig ist, der zu euch passt. Wie soll ein Ego, ein anderes Ego einen weltlichen Tipp geben können? Wie soll das funktionieren? Das ist der Grund, warum die Gesellschaft so aussieht, wie sie aussieht. Lauter Kampf, lauter Konflikte, lauter Kriege, weil ein Ego es besser weiß als das andere Ego. Beide Ego haben Unrecht. Es muss das wahre Sein durch die Menschen sprechen. Und daher gebe ich, ich bemühe mich zumindest, niemals weltliche Tipps, es steht mir nicht zu, niemandem steht zu, weltliche Tipps zu geben. So wie Sabi schreibt, das Leben fließen lassen, es kommt, wie es sein soll, vollkommen richtig. Es kommt dann, wie es zu uns als das ewige Wesen passt. Angela, bin gerade so entspannt, wie schon lange nicht mehr. Meine Hände und Füße kribbeln und mein Körper ist angenehm warm, war kurz komplett weg, ein herrliches Gefühl. Das freut mich sehr, Angela. Du warst dann kurz hier, ein herrliches Gefühl, vollkommen richtig. Hier sehen wir die Welt wirklich, wie sie ist. Ja, Karin, wunderbar, das ist aus dem Herzen zu folgen. Genau, das ist aus dem Herzen, das ist aus deinem Wahnsinn zu folgen. Dort, wo der Indikator ist, dort, wo es weit ist, dort, wo es leicht ist, dort, wo unser Herz uns hinzieht, dort ist sozusagen unser Weg, dort ist unsere Berufung, dort ist unsere scheinbare Aufgabe, dort, wo es Kampf ist, Krampf ist, Spannung, Stress, dort gehen wir über das hinweg, was sozusagen unser Herz möchte. Ursula, ja, genauso erlebe ich es derzeit. im Alltag im Alltag beginnen sich Dinge erstaunlich zu fügen, ohne dass ich um etwas kämpfe und gleichzeitig erfüllt mich immer mehr Liebe und Zuversicht. Friede, Entgrenzung, danke Andreas. Wunderbar, Ursula, genauso ist es. Du hast es sozusagen verstanden, hier tiefer einzusinken und aus dieser Position heraus gehst du in die Welt hinaus und erkennst, was für dich wirklich stimmig ist und erkennst, dass sozusagen alles auch leicht und im Flow geschehen kann. Viola, danke lieber Andreas, du sprichst mir aus der Seele, hatte jetzt Wochenzeit allein zu Hause für Erkennen, Bewusstes Sein und Besseres Reagieren, Friede. Ja, schön Viola, sehr schön. Sobald wir hinter den Horizont des ständigen Denkens gehen, erkennen wir den wahren Reichtum in uns. Erkennen wir den wahren Reichtum. Uns selbst als den wahren Reichtum. Und wenn der Verstand das nicht zulässt, dann ist halt der Verstand noch so fest, voller Konzepte, voller Lehren, voller Ideen, voller Konstrukte, dass dieser Weg im Moment nicht fruchten kann. Der Betonzockel des ständigen Denkens ist so fest, so verkrustet, dass sozusagen die Bereitschaft nicht geschehen kann oder noch nicht geschehen kann, hier tiefer einzusinken. Und all diejenigen, die merken, hier ist etwas, hier ist etwas, dann wird automatisch eine gewisse Offenheit, eine gewisse Transparenz erscheinen, wo sozusagen die Wahrheit, das ewige Sein durchscheinen darf, durch das Ganze. Claudia, danke für deine Erklärung, die mich berühren. Heute musste ich seit über einem Jahr einen Test machen lassen. Ich war ganz bei mir und fühlte nur, fühlte, dass es nicht zu mir gehört, musste wegen eines Geschäftsvermins einen Kompromiss schließen. kurz danach war es friedlich in mir. Es ist egal, es ist egal, welches Ereignis geschieht. Heute ist es Corona, morgen ist es etwas anderes, übermorgen ist es wieder etwas anderes. Durchschauen wir das Spiel. Es geht nicht um die Geschichte, es geht nicht um den Lebensfilm, es geht darum, wie gehen wir mit unseren eigenen Gefühlen um. Darum geht es. Wie gehen wir mit unseren eigenen Gefühlen um? Das Gefühl ist hier, um gefühlt zu werden. Das ist die Funktion eines Gefühls. Die Person, der Mensch, weil es natürlich schmerzhaft ist, drängt es weg, er lenkt sich ab, aber es funktioniert nur kurze Zeit. Wir drücken das runter, wie eine Wasserboje, mit Kraft wird die Wasserboje namens Gefühl runtergedrückt und wir glauben, wenn die Wasserboje nicht mehr sichtlich ist, wow, super, es funktioniert. Nein, irgendwann einmal sind wir mit etwas anderem beschäftigt und das kann Jahre später sein und plötzlich kommt die Wasserboje von hinten und erschlagt uns mehr als zuvor. das Gefühl fühlen rein in die Angst, rein in die Traurigkeit, rein in die Einsamkeit, rein in die Verzweiflung, rein in den Sturm. Dann werden wir kurz durchgeschüttelt, aber danach wartet Frieden auf uns. Danach wartet das tiefe Einsinken in unser wahres Sein in uns. und dann haben wir sozusagen die ultimative Lösung, die ultimative Heilung erfahren. Dann wissen wir, ganz egal, was uns noch erwarten wird in der Welt, wir haben den Schlüssel tief in uns. Wir haben selbst den Schlüssel. Wir sind der Schlüssel. Unsere Bewusstheit ist der Schlüssel. Und wir glauben, der Schlüssel ist das Denken. Wir haben von klein auf gehört, denken, 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 denken. Wir können das Leben, die Welt, alles wird zerdenkt, alles wird analysiert, alles wird runtergebrochen, alles wird verglichen miteinander, in Relation gestellt, alles mit dem Denkapparat. Und das Denken fragmentiert das Leben. Das Denken teilt das Leben in unendliche Stücke ein, kann aber die unterschiedlichen und die unendlichen Stücke niemals zusammensetzen. Niemals. Daher ist es so wichtig, zu durchschauen, dass es noch ein anderes Tool gibt, ein viel mächtigeres Tool, nämlich die wertungsfreie Beobachtung, die wertungsfreie Bewusstheit, die wertungsfreie Achtsamkeit. Dann verstehen wir das Leben, weil wir uns dann selbst als das Leben erfahren. mein Lieben, die Suche, die Suche muss aufhören und etwas zu suchen bedeutet zu denken. Ich suche etwas bedeutet ich denke. Wenn das Denken aufhört, ist die Suche zu Ende. Und wenn die Suche zu Ende ist, ist das Ich, der Suchende zu Ende. Und es ist nur mehr das Hier und Jetzt da. Es ist nur mehr pure, unpersönliche, erfüllende Wahrnehmung da. Und es ist dann zu einem hohen Prozentsatz gleich und gültig, was wahrgenommen wird, weil wir sehen, dass es nur eine Energie gibt, dass es nur Bewusstsein gibt, dass alles Bewusstsein ist, die Kamera, der Monitor, der Tisch, der Pullover, der Andreas, die Haare, der Gedanke, der Ton, das Gefühl, der Raum, die Wolke, die Sonne, die Milchstraße, dass es alles reines göttliches Bewusstsein ist und all das sind wir, all das ist unsere eigene Substanz, all das ist unser wahres Selbst. Und die Karte, die Karte im Kartenhaus, die die Illusion sozusagen zum Zusammenbrechen bringt, ist raus aus dem Denken, raus aus dem Denken durch reine Wahrnehmung. Das ist die gesamte Formel. Wir nehmen wahr, bewusst wahr, was jetzt hier da ist, ganz entspannt wahrnehmen, ohne es anders haben zu wollen. Und schon hat der Verstand nichts mehr zu kommendieren. Der Verstand wird schachmatt gesetzt. Für den psychologischen Verstand bedeutet das Game Over, wenn ein großes Ja geschieht, zu allem, was ist. Und Karin, ich kann leider nicht schlafen, schon länger, nur circa drei Stunden. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich schlafen kann? Karin, wenn du aufwachst, ich kenne das von mir von früher, meditier, lass die Gedanken offen, ah, die Gedanken offen, lass die Augen offen und schau einfach nur im Raum herum. Schau in dem Raum herum und du wirst automatisch müde. Du wirst automatisch müde und wenn du nicht müde wirst, dann gehst du sowieso über deinen Verstand hinaus und rein in dieses Nichts, rein in das Sein. Nütze die Zeit, wenn du aufwachst und nicht schlafen kannst, beobachte dich, betreibe Selbsterforschung, lass den Blick nach innen schweifen und verstehe, wie du wirklich funktionierst, verstehe die inneren Bewegungen, schau dir die inneren Bewegungen an, das ist alles und du wirst sicherlich dadurch am Anfang müde werden und einschlafen. Petra setzt das nicht voraus, dass es da jemanden geben muss, der raus aus dem Denken gehen kann. Natürlich Petra, gibt es keinen Jemanden, aber ich sage jetzt einmal, du wärst nicht hier. Wenn du dich nicht mehr als jemand erfahren würdest, wärst du höchstwahrscheinlich nicht hier. Daher sozusagen, schau dir so aus, als würde ich zu einer Person sprechen und sag, liebe Petra, geh in die bewusste Wahrnehmung und Petra geht in die bewusste Wahrnehmung und plötzlich erkennt sich Petra, dass sie gar nicht Petra ist, sondern das reine ewige Sein. Horst, es sinkt tiefer und tiefer hier jetzt, genau hier ist es, in unendlichen Erscheinungen, der Schlüssel heißt Ja, danke. Genau, Horst, der Schlüssel heißt Ja und nochmals ganz wichtig, weil ich das oft gefragt werde, heißt das, dass wir uns dem Äußeren ergeben müssen? Nein, nein, das Ja bedeutet auch das Ja zu dem Impuls in die Veränderung zu gehen, den Impuls in die Handlung zu gehen. Anders gesagt, das, was jetzt hier ist, wird bejaht. Ist Trauer da? Ja. Ist Freude da? Ja. Ist Annahme da? Ja. Ist Aktion da? Ja. Ist Denken da? Ja. Ja. Das große Ja über alles, was ist, das ist die ultimative Lehre. Mehr geht nicht, denn dann gibt es dich als jemanden nicht mehr, dann gibt es dich als Person nicht mehr, dann ist alles gesagt, dann ist alles beendet, dann ist alles vollkommen und Das ist Hingabe. Hingabe ist nicht Aufgabe. Aufgabe bedeutet, ja, ich bin im Konflikt und ich gebe mich aber auf, weil es ist eh alles Illusion und ich kann eh nichts machen und es ist alles gut, wie es ist, habe ich gehört. Nein, das wäre Aufgabe. Hingabe bedeutet, ich öffne wirklich meine Arme für den Moment, ich öffne die Arme für das Leben, ich komme und vertraue, dass durch mich das Richtige geschieht, durch mich, durch das Leben selbst, die richtige Handlung, die richtige Aktion geschieht, die richtigen Worte hier rauskommen. Denn die Wahrheit ist, ob man glaubt, man ist eine Person oder sich das das ewige Sein erfährt. Es ist immer das ewige Sein. Auch wenn die Person glaubt, sie tut etwas, ist es in Wirklichkeit das ewige Sein. Es ändert sich nur etwas, dass der verzerrte Filter namens psychologischem Denken wegfällt. Das ist der einzige Unterschied. Vielen Dank Silke für deine Worte. Danke. Peter, was gilt für die Impulse, das Ego, Trieb, Lust, wie unterscheide ich beim Jahr? Vergiss das Unterscheiden, Peter, vergiss das alles. Was hier ist, ist hier. Was hier ist, ist hier und wird bewusst angeschaut. Punkt. Das ist alles. Vergiss es, kommt es aus dem Ego, kommt es aus dem Herzen, was ist meine Berufung, was ist meine Aufgabe, was ist meine Intuition, das, was jetzt hier ist, ist hier und wird bewusst wahrgenommen. Das ist die Magie, das ist der Zauber, das ist die Antwort auf alles, das ist das tiefe Einsinken, was wir eh sowieso immer sind. Es geht hier nicht um Analyse und das Verstehen und das und das und das und das es bringt im Endeffekt nicht wirklich etwas. Es bringt uns in eine gewisse Tiefe, ja, es stimmt schon, aber dann muss alles verstehen wollen offen, denn das Leben, das Sein kann nicht verstanden werden. Es kann nur erfahren werden. Und selbst das erfahren ist in Wirklichkeit falsch, aber ich muss hier Worte nehmen. Ich muss hier Worte nehmen. Ja, denn in Wirklichkeit kann nur darauf hingewiesen werden. Und jedes Wort, was ich sage, was wer andere sagt, ist in Wirklichkeit sowieso falsch. Es ist so einfach, es ist so einfach, wenn wir erkennen, dass jetzt darf sich so ausdrücken, wie es jetzt ist. dann ist der innere Widerstand zu Ende. Dann ist der innere Konflikt zu Ende. Dann wird es friedlich und wenn es friedlich wird, darf auch der Frieden da sein. Und dann wird sukzessive sozusagen immer tiefere Erkenntnisse in uns erscheinen. Martina, warum fällt es mir dann so schwer, das anzunehmen, wie du, wie schaffst du das? Es ist, Martina, es ist nur diese Ebene das Problem, weil dein Verstand sich mit Händen und Füßen wehrt, was sozusagen hier jetzt gesagt wird, weil der Verstand merkt, wenn das wirklich so umgesetzt wird, diese bewusste Wahrnehmung umgesetzt wird, dann verliert der Verstand das psychologische Denken an Priorität, an Stellenwert und er tut alles dafür, uns abzulenken. Nein, das kann das nicht, das ist alles blöd, sondern wir müssen das und das und das und das, es muss alles verstanden werden und wir müssen das noch machen. Klar, der Verstand möchte regieren, aber der Verstand hat uns zu seinem Diener gemacht, wir müssen es umkehren und wie machen wir das? Indem wir auch den Verstand wahrnehmen, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den Verstand richten. Denn das, was wir sind, ist die größte Prudenz, ist die größte Kraft, kräftiger als jeder Gedanke, wir transzendieren jeden Glaubenssatz, jeden Gedanken, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gedanken richten. Das ist, das ist alles. Genau, Anita, wenn du deine berufliche Zukunft noch nicht weißt und du mit Hilfe des Denkens noch keinen Weg gefunden hast, denn das ist ja ein anderes Denken, das ist ein sachliches Denken, das ist ein praktisches Denken, von dieser Art von Denken rede ich nicht. Ich denke von dem psychologischen Denken, dieses Denken, was uns klein macht, das bricht auseinander. Also Anita, wenn du mit deinem sachlichen Denken noch nicht weitergekommen bist, wo deine berufliche Zukunft liegt, dann entspanne dich in das Jetzt hinein, dann lass deine Intuition arbeiten, lass es sein, lass los, zumindest gibt eine gewisse Zeitspanne, wo du sagst, so, Denken hat mich hier nicht weitergebracht, ich lass jetzt einmal los und dann kann die Intuition die Impulse aus unserem Wahnsinn viel besser an die Oberfläche dringen. Meine Lieben, wir nähen uns dem heutigen Ende. Lasst uns noch mal gemeinsam in die Praxis gehen. All diejenigen, die noch kurz in die Meditation gehen wollen, sind herzlich dazu eingeladen und macht es euch noch einmal für ein paar Minuten gemütlich. Und ja, ihr wisst, es geht um das große Jahr. Es geht darum, dass jetzt innen wie außen zu 100% annehmen zu können. Erlaubt euch jetzt mal als Übung fünf Minuten, wenigstens fünf Minuten, alles anzunehmen, was in euch erscheint und was außerhalb von euch erscheint. Seid einfach nur hier, öffnet euch für das, was da ist. verweilt ganz entspannt in eurer Achtsamkeit, in eurer inneren Wachsamkeit und nehmt ganz entspannt wahr, was ihr wahrnehmt. Alles darf hier sein. Alles darf jetzt hier sein. jedes Gefühl, jede Körperempfindung, auch der Gedanke, alles darf hier sein. Lasst alles gut sein. Lasst alles sein. Seid das geht nicht. Das Das nicht. Singt tiefer und tiefer in das hinein, was ihr sowieso schon seid. Ewiges Gewahrsein, ewiges Bewusstsein. Denn unsere wahre Natur ist Meditation. Das, was wir jetzt erfahren, diesen Frieden, diese Weite, diese Leichtigkeit, ist unser natürliches Sein, unser natürlicher Zustand. Und dieser Zustand ist immer hier, immer hier. Meditation bedeutet nicht, nur temporär in die Meditation zu gehen. Meditation bedeutet, immer in der Meditation zu verweilen. Und das ist unser wahrer Seinszustand. Ganz egal, wo wir sind, ganz egal, mit wem wir sind, ganz egal, was wir wahrnehmen, wir können immer in bewusster Meditation verweilen. Wenn wir tief in uns verstehen, dass psychologisches Denken nicht mehr stattfinden muss. Meine Lieben, bleiben wir noch eine Minute in dieser Übung, in dieser Meditation. Und wer mag, kann gerne seine Augen sanft öffnen und erkennen, dass dieser Frieden auch mit geöffneten Augen hier ist. Wir müssen für diesen Frieden nichts tun. Wir sind dieser Frieden. Wir sind dieser Frieden selbst. Alles, was wir dafür tun wollen, zerstört diesen Frieden. Einfach sein, einfach hier sein, ist mehr als ausreichend. Mein Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank für eure zahlreiche Teilnahme. Es war für mich ein wunderbarer Abend. Ich lade euch herzlich ein zu meinem kostenfreien nächsten Live-Event schon am kommenden Montag. Ich wünsche euch einen schönen Abend, weiterhin tiefe Erkenntnisse und tiefe Einsichten in das, was ihr wirklich seid. Alles Liebe. Baba.